Jerry Hendricks, da ist er! Und der Meister wieder schlecht genaut, übrigens im Vergleich zu Vita Wright. Auf der geht ganz schön steil bei Morgan. Jerry Hendricks, der ist zum zweiten Mal dabei, und er, obwohl er sie gar nicht so oft betritt, er liebt sie. Die ganz großen Bühnen, und das ist die größte Töne im Dark Song überhaupt, nicht nur, weil sie knapp 50 Meter breit ist. Viele fühlt sich da verloren, er, er nicht. Fantastisch, schön zu sehen, der geht voll aus sich raus, so muss es sein. Dafür ist diese Bühne auch da, Charaktere zu bieten, und er hat nur Werder mit der Diense in einen Moment. Die aktuelle Nummer 199, der gibt Gas für 200. So, und jetzt kommt der Partymann beim Partymann.